Alles ist gut vorbereitet. Hundert von gebrauchten, aber gut erhaltenen Kindersachen liegen gestapelt in Reihe und Glied. Die Mitglieder des Organisationsteams der 7. Meitzendorfer Bibi-Börse haben alles nach Größen geordnet und man erwartet den Ansturm der potenziellen Kunden im Dorfgemeinschaftshaus. Das Ziel der Veranstaltung ist klar definiert. Das Ziel ist einfach, dass wir auch ortsansässige Einrichtungen wie Kindergarten, Jugendfeuerwehr, Kidsclub mit den Einnahmen, die wir haben, was Gutes tun können. Also es wird alles komplett gespendet. Die 10 Prozent, die jeder Anbieter bezahlen muss oder die vom Gesamtsummen abgezogen wird. Wird gespendet pünktlich auf die Minute, geht die Tür auf. Wer hier Kindersachen oder Spielzeug verkaufen will, versieht die gewaschenen Sachen einzeln mit einem Etikett und dem Preis, über den nicht verhandelt wird. Er gibt bei den Organisatoren eine entsprechende Liste ab und dann hofft man auf guten Umsatz. Am Ende wird anhand der Liste abgerechnet und wie gesagt, 10 Prozent vom Erlös gehen in den gemeinnützigen Topf. Unter den Organisatoren sind auch werdende Mütter. Haben die sich auch schon umgeschaut? Ja, weil ich habe schon ein Winterkind zu Hause und bekomme jetzt ein Sommerkind und da habe ich eben halt auch nochmal geschnökert. Wie ist der Erhaltungszustand der Sachen, die da so kommen? Im Durchschnitt eigentlich sehr gut. Also es lohnt sich wirklich hierher zu kommen und man kann wirklich ein Schnäppchen machen. Wer diesmal die Bibibörse in Meitzendorf verpasst hat, kann sein Glück das nächste Mal versuchen. Der Termin steht auch schon fest. 21. September, 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Meitzendorf.